So meine Freunde und ganz herzlich willkommen zurück zu Call of Duty Modern Warfare 2 und ich habe mich jetzt entschlossen das mehrere Folgen am Stück aufzunehmen ohne eine Pause zu machen heißt wundert euch nicht wenn es am Ende der Folge kein noch Wiedersehen gibt ich werde das Ganze hier nämlich jetzt anders machen müssen weil es so technische Probleme geben kann eben gerade ist das Spiel mir schon fast abgeschmiert deswegen lasse ich das lieber deswegen nehme ich einfach am Stück auf ist dann zwar vielleicht für den ein oder anderen ein bisschen komisch oder sowas aber naja ihr kriegt ja trotzdem eure Folgen Achso Als wenn das mal jemand so äh als wenn das irgendjemand mal so macht macht doch keiner freiwillig ey Hallo nicht runterfallen Kollege naja gut so ich bin gleich oben jawohl wir sehen uns auf der anderen Seite was 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 jawohl genau huah äh oh oh Hilfe 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 Mama Hilfe Wuh der hat uns gerade noch fast selber runter gehauen ey los das war äh ganz schön knapp boah hi na Kollege alles fit wo müssen wir überhaupt machen äh hin was müssen wir überhaupt machen Roach Herzschlagsensor überprüfen 3 ich sollte auf der Anzeige erscheinen der blaue Punkt bin ich 3 bekannte Kontakte erscheinen als weiße Punkte okay Boah das war irgendwie doof okay was haben wir hier so nichts besonderes nee weiter geht's alles gut alles gut Alter was ist denn hier nö scheiße auf deine 3 mach mal so hier durchgehen einfach so zack 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 wissen du ah hm weiß ich nicht warum okay jetzt darf man die anfassen hab ich aber hey wir trennen uns ich halte mit dem Thermal wir trennen uns was schleichen sie durch den Sturm in die Basis in dem Schneesturm sind sie wie ein Geist die Wachen erkennen sie also erst sehr spät wow Augen auf den Herzschlagsensor viel Glück Alter hier sind voll viele Mann willst du mich verarschen der gehört mir hallo ich nehme den hier das woll willst du mich verarschen ich habe ihre Kommunikation abgehört nach Südosten das C4 bei der Tankanlage anbringen wenn das in die Hose geht gehen wir nach Plan B vor okay da kommt ein Truck außer Sichtweite bleiben gut gemacht uiuiui es war jetzt knapp wo ist denn der Truck war der Truck schon da ich weiß es nicht Mama ja ist gut viel zu viele Mama das waren ein paar viele Menschen da kommt ein Truck außer Sichtweite bleiben außer Sicht bleiben Machen in Alarmbereitschaft Scheiße der war gut der sollte doch eigentlich sterben Mama okay wo ist der Truck jetzt da oben ich habe ihn boah alter die Tankanlage ist am Nordostende der Landebahn das wollte ich gar nicht ich habe es da sind auf Q gedrückt da kommen ganz viele die dürfen mich nicht sehen wo fährt der lang da hinten egal weiter geht's okay okay da sind diese vier Leute das ist die Tankanlage mein Freund jetzt muss ich zurücklaufen okay alter sind da viele und wo sind da noch wer hier oh 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 ist alles voll mit denen das ist ja wie so eine Seuche äh die haben mich nie gesehen komm ich da jetzt hin oh Pisser Roach ich warte hinter den Angers an der Südwestecke der Landebahn der lebt noch aber hier sind so viele Menschen Mama da hinten soll auch noch irgendwo jemand sein da oh da sind noch welche da sind so viele Menschen viel zu viel Mama egal ich bin da ja radioaktiv bitte was ich will da nicht rein ich will da nicht rein boah boah hallo auch gut was haben sie denn hier gemacht drauf gehen und das ACS Modul suchen okay da ist ich bin aufgeflogen stellverhalten und feuer einstellen alter nein okay wurde hingerichtet das liegt nicht so gut ich bin aufgeflogen okay okay Roach schnell Plan B saaaaack still wie kleine Motherfucker alter so easy gg Okay, okay, so machen wir das, Junge Alles ist gut Wir können das schaffen Wir sind ein Team Was, wie, wo? Da laufen sie Da laufen sie, da laufen sie alle Oh, Pessah Oh, Pessah Alle gehen drauf Äh, ich hab die gerade getötet, wo gibt's zuvor, ahlala Ich sollte gerade hier hinlaufen Achso Oh, Pessah Wo sind die Schneemobile, ah Waa Waa Alter, die wollten mir gerade was antun Ich laufe, Mama Du Arsch Ich bin so schnell, ich geht Ich nade nebenbei noch nach Wir geben Gas, wir geben Gas Wir haben Spaß, wir haben Spaß Kommst du Gut, Kollege Was machen wir jetzt Wo kommen, wo, da Schießen, da So viele Menschen Na Ii Waa Hallo Der stirbt einfach nicht Okay Schneemobil Gas geben Wui Boah Weitere Ziele hinter uns So, ahlala So, ahlala Ich geb einfach Gas Bam, getroffen, jawohl Ahlala Ich seh nichts Baba Hallo Hallo Du Sack Ah, das war meiner So Hab ich nicht gesehen Stirb Jawohl Alles kaputt machen hier Boah Boah Ich seh aber nichts Boah Ist ja krank hier Wow Wir sind gleich da Es hat Wow Wow Wir geben Gas, wir geben Gas Wir haben immer noch Spaß, immer noch Spaß Und Huiiiiiii Jauuuu Da ist der Eli, da ist der Eli, Mama Wuhu Äh, äh, äh Ich wollte da eigentlich gerade richtig schön reinfahren Aber irgendwie ging das nicht so wie ich das wollte Naja, aber was auch D� Vill morgen Dann Wuhu Ich H D Vielen Dank.